Es ist dem Feind belohnen, die Freundin im Wald der Vernassung zu besprechen. Im Söden hat er nicht mehr Zossen gelogen und stößt auf Stearnsdorf vor. Der Feind abliert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Funda und Pankow und im Osten ist der Feind bis zu den jährlichen Bergmaßdorf Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Stearners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht in den Kräftefeilen angriffen passieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfüllt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befall. Der Angriff Steiner war ein Befall. Wir sind sie. Die Kräftefeilen, die Befalle sind ein Befall. Der Angriff Steiner ist ein Befall. Der Angriff Steiner ist ein Befall. Mein Friedman, was Sie da sagen, ist ungewöhnlich. Die Krägerleichtin ist doch geschnallt, des deutschen Fassens. Sie ist nur lehren. Sie nennt sich die Mama Harder, weil sie jahrelang für die Theatergebiet zugebracht haben. Und so jahrelang, wie man das sagt, jahrelang, wie man das sagt, jahrelang. Jahrelang, dass sie jahrelang, so wie man das nicht hat. Und so wie man das nicht hat. Und so wie man das nicht hat. Widerstand, ich hab weggehext. Ich hab der Guterang der Zahn, von Garen an ihre Offiziere legitimiert zu lassen, in Sterling. Ich war nie auf einer Acker mit mir. Und doch hab ich ein Land, ein Land, was mitbestellt, ein Zauberauber erobert. Entschmeckle,... Entschmeckle! Auf einer Acker, von allem auch von allem, bei den Zauberauber Buetle, und Vertrauende. Es war ein Onderhellere Verrat, der Ute, der Kanschfäckchen. Aber alle, die das alles an데, bezahlen, mit ihrem eigenen Blotwerb, sie bezahlen. Sie war ganz so für Ihren eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Gefälle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Rumpfstangen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewalten. Dann jacke ich mir eine Kuh nicht in den Kopf. Hören Sie was immer.